Musik Moin Moin und damit auch nochmal herzlich willkommen von unserer Seite hier zum Livestream zum Thema 100 Jahre VHS Oldenburg. Wir sind 12 Meter Hase und wir kommen aus dem Bereich Improvisationstheater, aber auch für uns heißt es natürlich heute alles anders als du denkst. Denn in der Regel stehen wir auf der Bühne und spielen nach Vorgaben eines Publikums. Allerdings sind wir heute Abend hier mit vielen Menschen von der Technik im Saal, aber eben ohne Publikum. Und so haben wir uns ein kleines anderes Programm überlegt. Mein Name ist Jürgen Böse und ich werde jetzt als Quizmaster durch eine kleine Spielshow moderieren. Zum Thema 100 Jahre VHS haben wir uns ein paar Fragen vorbereiten lassen und durch diese werden wir als Team uns hier gleich spielen. Ich möchte noch kurz vorstellen an der Musik und als Publikum heute Abend hier Marcel Schröder, liebes Publikum da draußen. Ich glaube, ihr werdet ihn nicht sehen können, aber vielleicht könnt ihr ihn hören als Publikum zum Beispiel. Bitte einen großen Applaus einmal von dir eingespielt. Vielen Dank, vielen Dank. Wir fühlen es, danke Marcel. Wir fühlen es. Und wir haben heute Abend hier zwei Kandidaten und das ist einmal zu meiner Linken die Anna und zu meiner Rechten der Sebastian. Hallo. Ihr habt heute Abend die Aufgabe, euch durch die Geschichte der VHS zu spielen. Wir haben Fragen vorbereitet zu vielen verschiedenen Kategorien. Ihr dürft raten und ihr da draußen, liebes Publikum, ihr dürft bitte auch mitraten. Ihr habt im YouTube Live-Chat die Möglichkeit, eure Ideen für die potenziellen Antworten einzugeben. Und wenn ihr beiden nicht weiter wisst, könnt ihr mich dann sozusagen informieren, dass ihr das Publikum als Joker ansprechen wollt. Und dann können wir uns Ergebnisse einblenden lassen. Das ist sehr beruhigend. Vielen Dank. Und das Ergebnis schreiben wir auf diese wunderbaren... Das ist korrekt. Das ist, genau. Das ist korrekt und damit möchte ich den Jingle von Marcel eingespielt haben. Wir beginnen jetzt mit der Runde 1 von 100 Jahre VHS, der Gameshow.